Die Zerstörung der Bürokratie. Deutschland. Land der Dichter und Denker und der Bürokratie. Unser Land erstickt in Bürokratie. Und die Bürokratie kuscht auch Geld. Also die absoluten Zahlen sind 23,7 Milliarden Euro ist der gesamte Erfüllungsaufwand in diesem Jahr. 23,7 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand. Das heißt so viel hat Deutschland 2023 ausgegeben und bürokratische Vorschriften zu befolgen. Aber Abhilfe ist in Sicht. Das vierte Bürokratie-Entlastungsgesetz, das hat die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht. Keine Meldepflicht mehr für deutsche Bundesbürger in Hotels, kürzere Aufbewahrungsfristen für Unternehmen. Dieser Bürokratie, aber auch die ganze politische Diskussion darüber, das sind alles Blendgranaten. Das ist bestenfalls ein Tropfen auf einem heißen Stein, weil wir eigentlich eine Strukturreform bräuchten.